und damit er recht herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal. Ja, vorhin sagt ich war Zeit für ein kleines Fangame, maybe. Oh, jetzt spielen wir hier zusammen Six Nights at Convores. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. New Game, 12 AM, Night One. Celebrate? What? Hello? Oh! Oh, oh! Uh, I wanted to record a message for you to help me get settled in your first night. I actually worked in that office before you. Was ist es so ein Spinner? Was the... Der Moment ist nicht verantwortlich für die Verhandlungen zu einer Person oder Person zu verabschieden. Auf der Verhandlungen der Verhandlungen oder Person zu verabschieden, ein Missing Person Report wird in 90 Tagen oder als die Verhandlungen zu verabschieden werden. Was ist das? Oh, das ist das? Fools! Aaaaaah! Shit! Oh jeez, das ist ein Rott. Ich glaube, das packe ich in Mies of Nuffangames. Das ist ja der Oberfuhl, oder? Was? Ich weiß nicht, man erkennt ja auch absolut nichts. Was soll ich hier erkennen, Leute? Oh, von rechts kommt einer. Hier seht ihr den. Sieht aus wie so eine Playmobil-Figur. Oder Lego-Figur. Also von rechts kommt auf jeden Fall einer. Noch steht er da oben. Ja, hier erkennst du nichts. Du kannst das Kamerageräusch abmachen. Oh, Jesus Christ. Oh, halt einfach das Maul jetzt. Der hört ja nicht mehr auf zu labern. Das ist ja nicht normal, Leute. Auf jeden Fall kommt einer von rechts. Da kommt einer. Ich scheiß jetzt auf die Kameras. Ja, das geht mir sowas wie auf den Keks. Ich höre Geräusche. Fuss... Äh... Wie sagt man? Schritte... Schrittgeräusche. Aber keiner kommt. So eine Rotze hier. SZYD CONWARRES Kommt er jetzt endlich Wo? Wo? D... Oh ja Jetzt geht's halt mal wieder nicht Warum auch immer. Was? Jo! Toll. Toll. Danke fürs Gespräch. Und nun? Passiert doch was, oder? Continue. Ich mach mal noch einmal continue. Ja, was ist? New Game. Ja, Freunde. Ich pack's auf jeden Fall in miese FNAF-Fangames rein. Weil das ist ja wohl... ...der ober-shitty-shitty-bam-bam, oder? Con-Warrus. Wow! Eeeh! Shut up! Ich guck jetzt erst gar nicht in die Kameras. Und mach jetzt mal gar nichts. Ich warte jetzt einfach drauf, bis wir da die Fuß-Tapperchen kommen. Und dann mal gucken. Jesus Christ! Wenn wenigstens ein kleines... Äh, 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 wer. Aber nein, der macht dann... Äh, 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 äh. Oh. My. God. Die Location. Alles nichts Neues. Alles übernommen von anderen Spielen. Hauptsache, man hängt halt ein anderes Poster rein mit Celebrate! Oh. Oh. God. That's. Not. Good. Eh. Jesus Christ. mann was du bist wird da wieder die die da da die 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 DREHNER! Geräusch ab! Das ist der Dreck, oder? Voll der Scheiß hier! Ist er voll der Scheiß? Helle. Nope le le le, da geht aber aber... Die Musik. Die Blöde Dumme Hohle Nussmusik All die Schnauzen Voll der Hockenscheiße Ich mag dich nicht mehr, dann trinke ich lieber einen Schluck. Oh mein Gott. Bei solchen Spielen frage ich mich immer, warum geht auf einmal die Tür nicht mehr? Aus welchem Grund geht das Licht nicht mehr und die Tür nicht mehr? Ich habe ja gar nichts getan. Usage ist auch noch gut. Hört so auf. Also, manchmal kapiere ich die Spiele nicht. Böse Welt, böse Welt, Leute. Es ist Marvellous. Aber hier noch nicht. Auf! Auf! Und hier ist auch keiner, er steht da noch? Ich wollte, ich wollte gerade die Tür zu machen, ich wollte gerade die Tür zu machen, ja Freunde, was, ooooh, bladu, ja Freunde, ich komme zum Ende, das war auf jeden Fall Six Nights at... Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie mies das ist, ich werde es auf jeden Fall in meine Rubrik reinpacken, miese FNAF-Fangames, weil es ist scheiße, ganz einfach scheiße. Falls ihr ein Like für mich übrig habt, würde mich sehr freuen, vielen Dank fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt, mein Kanäletchen, dürft ihr das auch gern tun, kostet nichts. Und es macht Spaß. In diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht. Und bis zum nächsten Mal, ich sage, tschöne mir nö, und fingerlinger nötz, euer Rosti-Kanalitner, say goodbye, enjoy your life, goodbye and goodnight. Goodnight.